Du willst für ein Jahr ins Ausland? Es gibt unzählige Möglichkeiten. Wir zeigen dir, welche Gründe für Kanada sprechen. Du kannst deine Kenntnisse in zwei Fremdsprachen wesentlich verbessern. Das Schulsystem in Kanada ist eines der besten der Welt. Jedes Jahr kommen über 300.000 Schüler und Studenten aus aller Welt nach Kanada. Bildung genießt in Kanada eine hohe Priorität. Im internationalen Vergleich gehören die kanadischen Schülerinnen und Schüler zu den Gewinnern der PISA-Studie. Das zweitgrößte Land der Welt bietet faszinierende Landschaften und spannende Städte. Es ist ein Einwanderungsland mit sehr unterschiedlichen Kulturen. Offenheit und Toleranz gehören zu den Pfeilern von Kanadas multikultureller Gesellschaft. Es ist einfach, Kontakte zu knüpfen. Freundschaften, die während eines Austauschjahres geschlossen werden, halten oft ein Leben lang. Aber auch Kontakt nach Hause zu halten, ist ganz einfach.